Guten Tag, ich grüße euch. Wir kommen zum nächsten Teil unserer Gabelserie und heute, wir sehen es hier am Beispiel, soll es um die Springergabel gehen. Springergabel ist immer besonders effektiv, wenn es gegen König wie hier oder Dame geht, denn durch der Schach muss der König ja reagieren, er muss aus dem Schach rausgehen und kann dann seine Dame nicht mehr retten. Deswegen sind solche Gabeln natürlich immer ganz besonders schön. Grundsätzlich eine Springergabel, damit greifen wir wieder, wie ähnlich wie bei der Bauerngabel, zwei höherwertigere Figuren an. Das kann König und Dame sein, das können aber auch zwei Türme sein, als Beispiel. Hier in dieser Beispielstellung spielte Schwarz diesen Zug auf die zweite Reihe, weil er gehört hatte, Türme gehören auf die zweite Reihe, auch grundsätzlich richtig. Aber jetzt müssen wir immer Ausschau halten. Nach einem Zug gibt es hier ein Feld, das ist etwas schwierig, weil die Springer so L-förmig ziehen hier quasi. Gibt es ein Feld, wo ein Springer hin kann, von dem er aus dann wieder L-förmig in zwei Richtungen hier angreift. Und ja, das ist natürlich eine Übungssache, eine Visualisierungssache, dass wir solche Felder erkennen. Und hier könnten wir mit dem Springer nach C3 und eben entsprechend beide Türme angreifen. Und auch hier würden wir wieder zwei Punkte gewinnen, weil wir zwei höherwertigere Figuren angreifen. Auch hier, grundsätzlich müssen wir bei einer solchen Gabel aber auch immer gucken, kann sich denn die angegriffene Seite, wenn jetzt hier wieder Turm E2 kommt und wir gehen wieder nach C3 mit dieser Gabel, kann sich denn einer der angegriffenen Figuren irgendwie wegziehen, entweder durch ein Schachgebot oder durch einen Gegenangriff gegen eine andere Figur. Und ja, hier in dem Fall könnte eben einer, ist egal welcher Turm, mit Schach wegziehen, sich da mit dieser Gabel entziehen und dann kann der andere Turm eben auch wegziehen. Und jetzt hatten wir zwar eine Springergabel, aber wir konnten nichts gewinnen. Und das ist auch immer das, worauf wir achten müssen, dass wir eine möglichst effektive Springergabel geben. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Nicht immer stehen diese Figuren auf einer Linie oder auf einer Reihe, sondern auch mal so ein bisschen kreuz und quer. Und dann ist immer dieser geschulte Blick, den wir entwickeln müssen, haben wir irgendwo ein Feld, wo wir zwei L-förmig, zwei Schwerfiguren oder König-Dame, König-Turm irgendwie sowas angreifen können. Und in dem Fall hier ist es das Feld D4, wo wir hingehen können mit einer Gabel und wir müssen wieder gucken, kann sich eine der beiden Figuren durch einen Gegenangriff oder durch ein Schachgebot retten. Das ist hier nicht der Fall. Und dann wird natürlich die Seite, hier in dem Fall die schwarze Seite, die höherwertigere Figur in Sicherheit bringen und möglichst noch die eigene Figur dabei gedeckt halten, sodass man insgesamt eine Qualität verliert als schwarzer, aber immerhin nicht die Dame. Und ja, schauen wir mal hier. Nächstes Beispiel. Diese beiden Schwerfiguren stehen hier, aber das Feld, was beide quasi miteinander verknüpft, L-mäßig, wäre das Feld E4. Da kommen wir ja gar nicht hin mit einem Zug. Aber jetzt gibt es auch den Trick, nämlich, dass wir solche forcierten Züge, wie Springer G5 Schach geben können. Der König muss ziehen, weil er im Schach steht. Und dann kommen wir nach E4. Und wieder sehen wir, dass die verteidigende Seite hier, die angegriffene Seite, Dame und Turm, die hat keinen Schach, kann keine der Figuren wegziehen mit Gegenangriff auf eine unserer Figuren, kann also nur wieder versuchen, den eigenen Turm zu decken und die höherwertigere Figur zu retten quasi. Und damit hätten wir wieder mit dieser Gabel Erfolg gehabt. Ihr seht, ist also gar nicht so einfach. Man muss erst mal diesen Punkt finden, wo ist dann dieses L-mäßige? Deswegen braucht es ein bisschen Übung für. Und da haben wir mal drei Übungen vorbereitet, oder vier habe ich für euch vorbereitet. Ihr dürft gerne das Video immer kurz anhalten. Sucht euch den Spot raus, die Stelle, wo ihr glaubt, oh, das könnte eine Springergabel sein. Kontrolliert, ob die effektiv ist. Genau. Und dann, ich mache natürlich jetzt hier im Video immer weiter. Nun, hier an der Stelle kann dieser weiße Springer, weiß ist immer am Zug übrigens, der Springer kann nach F7 gehen, von wo aus er diese zwei Figuren L-förmig mäßig angreift, zwei höherwertigere Figuren. So, und die schwarze Dame hat auch kein Schach, der Turm auch nicht. Und dann bleibt am Ende nur, dass wir mit weiß diesen Turm hier gewinnen können. Übung Nummer zwei. Jetzt wird es schon etwas trickreicher, denn manchmal kommen auch noch, wir hatten es in diesem einen Beispiel, dass es nicht einzügig ist, sondern vielleicht sogar zweizügig. So, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Grundsätzlich, der Springer könnte natürlich hier auf dieses Feld F7 gehen und die Dame angreifen, aber, weil es kein Schach wäre und ich auch nicht in dem Augenblick zwei Figuren angreifen würde, sondern nur eine, könnte die Dame sich einfach wegziehen. In dem Fall zum Beispiel nach D5 Schacht geben und den Springer einfach abholen. Der König könnte auch den Springer sofort schlagen. Aber das Feld F7 ist natürlich hier verlockend. Jetzt bliebe nur noch die Aufgabe, diesen König irgendwie auch noch auf ein Feld zu bekommen, in dem Fall hier das Feld H8, damit er eben in diesem L drin steht. Und dann haben wir sicherlich den Zug Turm H8 gefunden, der den König, der König kann irgendwo anders hin, er wird auf dieses Feld gezwungen und dann sind wir hier eben mit dieser Gabel dabei und können die Dame gewinnen. Haben einen guten Tausch gemacht. Ja, und wenn irgendwann mal die Thematik mit Springergabeln auftaucht, werdet ihr, wenn ihr beim Schachball bleibt und viele Aufgaben löst, ihr werdet um diese Aufgabe hier nicht herumkommen, denn die sind aus einem Weltmeisterschaftskampf. Und Weiß war am Zug und ihr könnt mal kurz reingucken. Weiß hat eine Qualität weniger, also Springer gegen Turm. Könnte hier die Qualität einfach zurückgewinnen. Ja, könnte er machen. Aber es gibt einen viel, viel stärkeren Zug. Schaut mal, wenn der Springer hierhin geht, nach F7, würde er ja gleichzeitig die Dame angreifen. Aber leider nicht, nicht zum Beispiel den König. Jetzt müssen wir überlegen, welches Feld wäre jetzt noch erstrebenswert von F7 aus, wo wir L-förmig mäßig eine weitere Figur angreifen können. Und das wäre dann hier das Eckfeld H8. Und deswegen wäre hier der Zug Dame H8 brillant. Wir opfern unsere Dame, locken aber den König auf ein Feld, wo wir dann den Turm mit Schach und gleichzeitig wieder mit Gabel auf die Dame schlagen können. Und dann hätten wir am Ende eine Figur gewonnen dabei. Ja, diese Übung ist brillant. Veranschaulicht aber auch immer wieder, dass man auch gerade mit Springergabeln entweder sofort die Gabel oder auch mit Hinlenkung oder... Und zum Abschluss noch mal eine kleine Übung. Weiß am Zug. Genau, wir sehen hier, oh, König und Dame stehen sich auf einem Hotspot, sozusagen, einem Springerangriff ausgesetzt, nämlich dem Feld F7. Aber, wenn wir da jetzt mit dem Springer hingehen, zum Beispiel mit dem Springer, dann ist der Läufer G8 hier ein Verteidiger. Und dann ist es wichtig, dass wir sehen, dass wir noch einen zweiten Springer haben, der auch wieder auf dieses Feld draufkommt. Und dadurch diese Gabel, die wir hier haben, quasi wieder erneuert und dann am Ende doch wieder die Gabel aufspießt, äh, die Dame aufspießt. Man könnte jetzt sicherlich 10.000 Übungen machen, ja, und ich empfehle euch auch, sucht euch im Internet, da gibt ihr unglaublich viele Möglichkeiten, äh, einfach bei, bei Suchmaschinen eurer Wahl, Springergabel, Schach, oder irgendwie sowas einzugeben. Und da könnt, werdet ihr tausende von Aufgaben finden, spielt die ruhig mal nach, Übung macht den Meister, das zu erkennen, diesen Spot mit dieser, mit dieser Gabel. Ganz wichtig im Schach, in Springergabeln, äh, ja, bis, bis ins, in, ins hohe DWZ oder ELO-Alter, ähm, auf höchstes Niveau immer wieder entscheidend Springergabeln, die Partien. Ja, damit sind wir auch für die Springergabel für heute durch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mögt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.